Und herzlich willkommen hier wieder aus dem Sportpark in Freiburg. Ich bin die Nadine und was erwarte dich? Ein Fatburner-Workout. Heißt, wir machen jetzt 40 Minuten Vollgas. Wir schauen, dass der Puls nicht nur hier ist, auch nicht hier, sondern teilweise auch hier. Und wir werden schwitzen, wir werden stöhnen, wir werden lachen. Und wir werden zum Schluss froh sein, wenn wir das Ganze hier beendet haben. Aber natürlich auch nur mit Glücksgefühlen. So, dann lass uns loslegen. Wir öffnen die Beine, halten die Knie so ein bisschen gebeugt. Hol den Bauchnabel nach innen und lass die Arme einfach mal ganz locker. Atme durch die Nase ein, über den Mund aus. Nochmal, atme ein und atme aus. Gönne dir noch zwei mehr. Schade, schon wieder letzter. Starte mit einem Side-to-Side. Guck mal, nimm die Arme dabei locker mit. Lass sie baumeln, lass sie schwingen. Bisschen höher, komm. Den Popo, mach ihn richtig fest. Bleib gerade nach vorne ausgerichtet. So, schau mal, dreh dich mit. Rechts, links. Rechts, links. Hüfte mit dreh. Lächel. Noch vier, drei, Ausfallstritt. Bleib hier. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Belaste deine vordere Ferse. Zwei noch. Achtung, Seitewechsel. Ober. Auch hier. Belaste die vordere Ferse. Vier noch. Wo sind deine Arme? Komm, nimm sie mit. So, nochmal. In Side-to-Side. So, schwing die Arme. So, auf eine gute Schulterhöhe. Finger leicht geöffnet. Leicht gegrümmt. Gut. Arme noch höher. Gut. Mit Spannung. Komm, zieh. Rüffel. Bauchnabel, wie gesagt, innen. Vier. Drei. Dreh nochmal mit. Komm. So, öffne die Beine weiter. Schade, nur noch vier. Drei. Zwei. Runde zwei. Bleib hier. Ausfallstritt. Zieh. Hoch. Schau mal, jetzt bist du deutlich länger. Langes Bein. Arme hinter Ohrläppchen. Halbe Drehung. Hopp. Hopp. Komm, zieh deine Arme hinter deine Ohrläppchen. Vier noch. Drei. Zwei. Dreh dich nach vorne. Marschier bei. Gut. Komm, Arme. Schwingen sie mit. Gut. Gut gebeugt. Achtung. Kniebeuge weit. Tief hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Jetzt heißt es aufrecht bleiben. Tief. Hoch. Tief. Zwei noch. Und. Marschier nochmal. Und. Hoch. Gut. Arme wieder locker mitführen. Wenn deine Arme dabei sind, ist die Fettverbrennung immer ungefähr 20% höher. Kniebeuge weit. Tief. Hopp. Juchu. Vier noch. Drei. Zwei. Schließe. Gib mir einen Basics. Nach vorne. Hinten. Vor. Rück. Hier befindest du dich hüftbreit. Vier. Drei. Zwei. Kniebeuge eng oder Standard. Gut. Lange Arme. Atmen. Aus. Ein. Aus. Ein. In die Verlängerung zur Wirbelsäule gehen die Arme mit. Basic. Seite wechseln. Vor. Rück. Vor. Rück. Gut. Arme schwingen. Du lächelst. Das ist dein Workout. Kniebeuge. Sieben. Sechs. Gut. Bisschen tiefer. Vier. Drei. Zwei. Locker. Schogging. Gut. So langsam sollte es warm werden. Ja. So langsam bist du sozusagen aktiviert. Okay. Verse höher. Bicep Curl Arme. Gut. Schulter nach hinten. Verse hoch. Hopp. Hopp. Noch vier. Drei. Jumping Shake. Arme. Halbe Höhe. Halbe Höhe heißt, bis auf Schulterhöhe. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Genießen. Nochmal. Jogging. Bicep Curl. Bist du hinten. Verse hoch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Nochmal. Jumping Shake. Halbe Höhe. Woo. Verse nicht mehr belastet. Gut. Vier. Drei. Nochmal. Jogging. Mit Arme hoch. Über Kopf. Komm. Let's do it. Behalte ein leichtes Doppelkinn. Vier. Drei. Jumping Shake. Mit Arme. Komm. Volle Bewegung. Passe. Nicht nachlassen. So. Letzter Durchgang. Jogging. Mit Arme. Hopp. Hopp. Ist deine Ferse am Hintern. Yes. Mega. Du bist super. Vier. Drei. Jumping Shake. Yes. Halte durch. Ich weiß, du willst es. Finale. Vier. Drei. Marschier auf der Stelle. Juhu. Denkst du noch an die Arme? Na klar. Schwing sie mit. Komm. Knie hoch. Gut. Okay. Knie im Wechsel. Zieh. Hoch. 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 Nimm mal Ellenbogen. Diagonal. An deinem Knie. Gut. Vier. Drei. Beine. Wir öffnen jetzt. Hopp. 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 Jawohl. Mit den Päusten. Ziehst du den Arm kraftvoll mit. Achtung. Wir schließen. Jetzt. Öffne deine Hand. Öffne deine Hand. Vier. Drei. Zwei. Nochmal öffnen. Und mit der Faust. Zieh. 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 Von oben. Diagonal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Achtmal. Das gleiche Knie. Hopp. Hopp. Jawohl. Vier. Drei. Achtung. Bein wechseln. Hopp. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Du willst mehr? Du kriegst mehr. Hopp. Yes. Noch. Vier. Drei. Zwei. Hopp. Acht. Sieben. Sechs. Kannst du noch? Okay. Wechsel. Beide Arme ziehen mit. Hup. Ha. So. Jetzt heißt hierbleiben. Genießen. Bleib hier. Bleib hier. Wuhu. Achtung. Vier. Drei. Bleib hinten. Halte. Halte. Guck mal. Jump wechseln. Schere. Jump. Jump. Ferse hinten oben. Wir gehen tief. Ab jetzt. Acht. Sieben. Sechs. Wichtig ist, du bist hier richtig fest und angespannt. Okay. Vier. Drei. Zwei. Shogging. Wuhu. Komm wieder zu mir. Ich sehe dich. Komm. Furt zu Furt. Wir öffnen. Okay. Starte mit den Weiten. Knie im Wechsel. Hopp. 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 Und zieh. Und zieh. Als gäbe es kein Morgen. Ja. Komm. Du kannst es. Du willst es. Achtung. Schließe. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Vier. Drei. Öffne. Und die Faust. Zu. Ha. Puh. Ha. Letzte Runde. Schließe. Hand ist offen. Vier. Drei. Öffne. Und zieh die Faust. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Acht. Acht. Knie. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Komm, du hast es. Wechsel. Ja. Vier. Drei. Nochmal. Wechsel. Und zieh. Juhu. Drei. Letztes Mal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. So. Wir bleiben hier. Jetzt. Beide Arme. Und zieh. Und zieh. Und zieh. Oberkörper tief. Mach dich lang. Puh. K. Ihr macht weiter. Ich muss mal kurz mein Kabel befestigen. So. Acht. Sieben. Du denkst nicht mal ans Aufhören. Komm, zieh durch. Juhu. Vier. Drei. Bleib hinten. Jetzt. Gut. Wechsel. Noch bist du auf einer halben Höhe. Hopp. Hopp. Zieh nach hinten tief. Mach dich fest. Können wir loslegen? Jetzt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Und tiefer. Und tiefer. Vier. Drei. Lächeln. Wuhu. Jogging. Wow. Alles gut soweit? Gut. Prima. Hol mal Tiefluft. Atme. Atme durch die Nase ein. Über den Mund aus. Bleib hier. Bleib in Bewegung. Okay. Wir machen weiter. Mit so ein bisschen dynamischen Armen. Öffne. Gib mir einen. Side to side. Side to side. Ja. So. Fighting position. Heißt. Hände. Gehen hier. Eng an den Körper. Fest an den Körper. Ja. Die Fäuste. Schließe einen Schatz ein. Und mach deinen Riegel davor. Okay. So. Beste Handgelenke. Vier. Drei. Den Cross. Jetzt. Und jetzt hau mal drauf. Ja. Hup. 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 Vier. Gib mir einen Abertapp. Jetzt. Kinnhaken. Hup. 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 Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Cross. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Den Abertapp. Hüfte geht mit. Hup. Ha. Hup. Ha. Komm. Schieb. Nochmal. Den Cross. Vier. Vier. Drei. Zwei. Abertapp. Hup. Ha. Cross. Vier. Drei. Abertapp. Zwei. Zwei. Zweimal Cross. Zwei. Abertapp. Cross. Abertapp. Nochmal. Komm. Letzter Durchgang. Bleib hier. Speedball. Speedball. Achtung Nase. Hup. Seite wechseln. Hopp. Hopp. Lockern den Beinen. Und dann. Schneller. Wechseln. Hopp. 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 Komm. Schneller. Schneller geht ihr mal. Acht. Sieben. Sechs. Okay. Hast du? Den Cross. Abertapp. Abertapp. Nochmal. Jetzt der Speedball. Schnell. Mach dich fest. Nochmal. Zweimal Cross. Abertapp. Speedball. Vier. Drei. Cross. Abertapp. Speedball. Wuhu. Nochmal. Du schaffst es. Hopp. Letzter Durchgang. Wie schade. Cross. Yes. Bleib hier. Kniebeuge. Wuhu. Wuhu. Alles gut? Wow. Hat gut getan. So. Guck mal. Halte unten. Ferse. Und hoch. Nochmal. Ferse. Und hoch. Arme bleiben. In Verlängerung zur Wirbelsäule. Lang über Kopf. So. Nochmal. Ich muss die Haare richten. Dass sie nicht ganz so abartig aussehen. Hopp. So. Jetzt kommen wir tiefer. Du willst Ergebnisse? Du gibst alles ab. Sieben. Lass deine Knie offen. Sechs. Daumen zieh nach hinten. Schulter nach unten. Lächeln. Ja. Na komm schon. Drei. Poplige zwei. Und nur noch den einen. Wuhu. Greise. Das Bein. Wechsel. Greise. Hopp. Hopp. Guck mal. Pluskorb. Bleib fest. Füfte. Dreh sie mit. Spreise deine Finger. Gut. So. Guck mal. Mitte tief. Hopp. 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 Okay. Komm. Ich weiß. Du schaffst es. Ich weiß. Du kannst es. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bleib unten. Und kleine Fersen. Hoch. Zieh. Hoch. Zieh. Yes. Hände dabei nach vorne. Acht. Zieh auf. Sieben. Zieh auf. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Lass die Hände vorne zusammen. Dreh dich. Mitte. Ja. Bleib unten. Bleib unten. Yes. Wuhu. Bleib unten. Wow. Acht noch. Acht. Sieben. Kommt ihr mit. Sechs. Fünf. Ich hör dich nicht. Vier. Drei. Zwei. Hammergut. Nach oben. Locker. Wuhu. Alles gut? So. Schüttel kurz aus. Schüttel kurz aus. Passt. So. Jetzt kommt als nächstes die heißgeliebten Burpees. Wir starten langsam. Und wir werden immer schneller. Immer intensiver. Yes. Okay. So. Bleib hier. Arme im Wechsel. Auf den Boden. Füße nach hinten. Füße nach vorne. Und komm hoch. Im Wechsel. Hoch. Hoch. Tief. Füße. Füße. Nochmal. Arme im Wechsel. Tief. Füße. Lang. Lang. Nach vorne. Letztes Mal. Popo bleibt unten. So. Beide Arme. Beide Beine. Schnell. Jump. Hopp. Jump. Hopp. Jump. Jump. Woohoo. So. Richte dich auf. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Zwei. Letzter. Wenn du hoch gehst, nimm deine Fersen mit. Jetzt. Jetzt. Zwei noch. Hopp. So. Und die letzten. Acht Stück. Mit Jump nach oben. Hopp. Acht. Sieben. Sechs. Jetzt kommt der Part, wo beim Trainer der Schuh aufgeht. Und er sagt, ihr macht weiter. Ich hab Pause. Hopp. Zwei. Letzter. Okay. Locker. Locker. Jogging. Woo. Wie war's? Okay. So. Jetzt machen wir eine Zusammenfassung von dem Ganzen. Okay. Was haben wir dabei? Wir haben den Knie. Ja. Danach haben wir die Lunches Jumps. Was hatten wir noch? Wir hatten den Cross, den Uther Cup, den Speedball. Dann hatten wir Squat, Ferse. Wir hatten den Squat mit Knie. Okay. Und ganz zum Schluss kommt unser persönliches Sahnehäubchen, die Burpees. Okay. So. Hol nochmal tief Luft. Ganz locker, ganz entspannt. Ich weiß, du schaffst es. Ja. Ich würde es nicht mit dir machen, wenn ich nicht sicher wäre, dass du es kannst. Na komm. Locker, locker. Geh nochmal in dich. Sammel deine Energie, sammel deine Kraft. Wir bringen das Ding gemeinsam nach Hause. Okay. Bleib hier. Hüftbereit. Wir starten. Single Knie. Und. Vier. Drei. Achtung. Öffne. Faust. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Bleib hier. Knie-Repeater. Hopp. 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 Hier bleiben. Hier bleiben. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Achtung. Die Lunge ist tief. Hände in die Hüfte. Hopp. Sechs. Fünf. Komm nach unten. Komm nach unten. Vier. Drei. Zwei. Okay. Side to side. Cross. Abercup. Speedball. Nochmal. Cross. Abercup. Speedball. Kniebeuge. Ferse. Drei mehr. Zwei. Woo. Letzter. Okay. Hände gehen mit. Schließe. Nochmal. Zwei noch. Letzter. Bleib unten. Bleib hier. Dreh dich. Acht. Sieben. Sechs. Na komm schon. Vier. Du hast es. Du hast es. Achtung. Wir drehen. Wir kreisen. Sieben. Sechs. Fünf. Ich komm weiter nach vorne. Zwei noch. Bleib hier. Burpee. Arme. Jump nach oben. Hopp. Jump nach oben. Zwei noch. Jetzt. Letzter. Jumping Track. Woo. Hammer gut. Bleib in Bewegung. Bleib in Bewegung. Zugabe. Wer war jetzt das? Okay. Zugabe. Acht. Sieben. Nochmal. Alles. In schnell. Gut. Wir starten mit Knie. Single. Jetzt. Vier. Drei. Öffne. Päuste gehen mit. Vier. Drei. Repeater. Bleib. Langer Rücken. Langes Bein. Woo. Bleib hier. Bleib hier. Woo. Ha. Woo. Ha. Achtung. Hände, Hüfte. Lunges Jump. Acht. Sieben. Sechs. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Komm zur Mitte. Cup. Alles gut? Wäre ich fast noch gefallen. So. Feste Beuste. Wo waren wir? Die Cross. Woohoo. Zweimal. Aber Cup. Speedball. Nochmal. Zweimal Cross. Aber Cup. Speedball. Achtung. Kniebeuge weit. Drei. Zwei. Letzter. Mit Händen. Bewegung bleibt. Drei. Zwei. Letzter. Bleib unten. Bleib. Dreh dich. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Na komm schon. Komm schon. Yeah. So. Bleib in der Mitte. Burpee. Jump. Sieben. Sechs. Lächeln. Dein Workout. Deine Zeit. Vier noch. Drei. Komm weiter hoch. Zwei. Schade schon wie der Letzter. So. Jumping Jacks. Hopp, 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 hopp. Gleich machen wir Bäuschen. Vier. Drei. Marschieren. Hopp. Wuhu. Yes. Ja. Sei stolz auf dich. Du warst Hammer. Du warst der Burner. Bleib in Bewegung. Atme. Atme. Super. So. Was machen wir? Wir trinken einen Schluck. Und machen dann ein Finale. Okay. Kommt. Trinkenschluck. Jetzt müssen wir uns noch hübsch machen. Wie schaut's aus? Was sagen deine Haare? Was? Okay. Ich mach hier nochmal zusammen. Diese Teilen hier echnen auf. Ich kenne das. Es ist ein Moment wie Feuer. Also. Wer möchte? Mach es dich, wie gesagt, hübsch. Aber eins ist immer klar. Wenn nach dem Workout aussieht wie vor deinem Workout, dann war was falsch. Okay. So. Marschieren nochmal. Marschieren heißt, lauf einfach auf der Stelle. Dynamisch. Nimm deine Knie fester hoch. Gut. Komm, Arme. Hübsch, rein veröffnet. So. Was hat dein Energiepegel? Hier? Hier? Oder ist er eigentlich noch voll? Eigentlich noch voll, oder? Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal Gas. So. Hol nochmal tief Luft. Früß die Nase ein. Über den Mund aus. Letzter. So. Ferse im Wechsel nach vorne. Ferse. Ferse. Zehenspitze nach hinten im Wechsel. Sehr. Guck, ich dreh mich mal. Vier. Drei nochmal. Ferse. Vier. Drei. Zehenspitze. Zwei, zwei, zwei. Ferse. Ferse. Zehe. Ferse. Gleiches Bein. Vor, zurück. Vor. Rück. Vor. Rück. Ja? Bleib hier, bleib hier. Vier noch. Drei. So. Ausfallschritt nach vorne, nach hinten. Vor. Rück. Rück. Langsam. Vor. Rück. Guck mal. Ellenbogen diagonal an deine Knie. Achtung. Doppelt Tempo. Hopp. 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 Vor. Rück. Vor. Rück. Wo sind die Arme? Yes. Zehn. Neun. Acht. Dreh mal hier. Ordentlich mit. Ja? Dann trainierst du auch deine Taille. Vier. Drei. Zwei. Seil springen. Seil springen. Komm. Komm. Tanze. Ja? Locker. Rechts, links. So. Schließe. Chopp. Chopp. Arme gehen mit. Yes. Fest zusammen. Aktivier. Springe. Rechts, links. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Tempo halten. Tempo halten. Super. Ferse. 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 Zehenspitzen. Hopp. 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 Nochmal alles von Anfang. Vier Ferse. Zehenspitzen. Nochmal. Nach vorne. Nach hinten. Zwei. Zwei. Hopp. Hopp. Vorne. Hinten. Ich drehe mich wieder. Nach vorne. Nach hinten. Gleiche Seite. Vorrück. 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 Arme jetzt schon dabei. Vier. Drei. Starte wieder langsam. Ausfallschritte. Vorrück. Vorrück. Vor. Ich zeige es dir nochmal bei diesem langsamen Modus. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Je mehr du hier mitnimmst, umso mehr trainierst du das hier. Weißt du, was ich meine? Ich finde schwarz voll. Achtung. Schnell. Hopp. Hopp. Ja. Jetzt geht es wieder ins Eingemachte. Jetzt macht es Spaß. Tempo halten. Komm, dreh dich. Du bist bei zehn. Neun. Acht. Sieben. Wo bist du? Drei. Zwei. Hammer gut. Jogging. Bereit dich vor. Auf Seil springen. Okay. Jetzt. Hüpf breit. Mega. Schließe. Klemme hier mal ein Blatt Papier ein. Ganz fest aktivierst du deine Innenseite. Wisst ihr, was ich meine? Job. Jetzt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Locker Jogging. Wuhu. Super. Alles gut? Ich würde sagen, einer geht noch. Komm, einer geht noch. Okay. So. Hals. Wir öffnen nochmal. Hüftbereich. Ja. Bleib hier nochmal ganz locker. Ganz locker. Wir machen zwei Schritte nach vorne. Und vier zurück. Nach vorne die sind Slow Motion. Nach hinten gehen. Bisschen schneller. Komm mit. Slow Motion. Nach hinten. Slow Motion. Hüftbreit. Nach hinten. Nochmal. Vor. Nach hinten. Wir werden. Bisschen schneller. Bisschen kürzer. Vor. Vor. Vier, drei, zwei. Hopp. Vier, drei, zwei. Guck mal. Arme. Nochmal. Okay. Nach vorne tief. Und hoch. Nach vorne tief. Und hoch. Zweimal. Letzter. So. Jump nach vorne. Running high. Jump. Running. Jump. Running. Jump. Running. Jetzt. Achtmal. Sieben. Wichtig ist, nimm die Arme mit. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Komm schon. Letzter. Side to side. Wuhu. Mega. Mega. So. Was kommt jetzt? Na ja, ist ein für Bein, oder? Gut. Marschier mal. Hüftbreit. Wir starten wieder ganz langsam. Ganz entspannt. Zum Reinkommen. Zum Ankommen. Slow motion. Ganz langsam. Nach hinten langsam. Vor. Langsam. Bisschen schneller. Jetzt. Vor. Vor. Vier, drei, zwei. Vier, drei, zwei. Hopp. Nochmal. Jetzt schon mal mit Arme. Hopp. Mach die Arme fest. Bizeps. Spann an. Letztes Mal. Okay, die Chumps. Achtmal. Komm mit. Acht. Sieben. Wie viel hast du noch? Sechs. Punt. Ja. Bring das Ding nach Hause. Komm. Drei. Zwei. Schade. Schon wieder der letzte. Side to side. Juhu. Mega. Schulter bleibt hinten. Kreise deinen Arm. Beide Arme. Jetzt. Super. Lass die Beine offen. Juhu. Vier, drei. Perse an Po. Le Curl. Komm, wir sind im Cooldown. Da passiert nichts Schlimmes mehr. Ja. Fahr einfach den Puls nach Hause. Nimm nochmal die Arme mit Eng. 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 Gut. Wie geht's hier denn? Ich glaube, für heute brauchen wir kein Make-up mehr. Kein Beruf. Okay. Schließe. Vier, drei. Die Knie im Wechsel. Hoch. Hoch. Gut. Nur noch einen Kick. 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 Die Arme schüttelst du dabei mit aus. Die Hände und die Schultern. Wir bleiben stehen. Du öffnest nochmal. Beugs. Und ziehst den Arm über Kopf. Achtung, wechsel. Zieh über Kopf. Und wieder wechseln. Atme dabei ein. Und atme aus. Öffne deine Seite. Und die andere Hand. Und die andere Hand bleibt ganz locker auf deinem Oberschenkel liegend. Nochmal. Einatmen. Und aus. Und der letzte. So, öffne zur Seite. Komm nach vorne rund. Und wieder öffne weit. Nach vorne rund. Öffne weit. Atme nochmal aus. Und ein. Und der letzte. Bleib geöffnet. So, dreh dich mal zur Seite. Über Kopf. Ferse. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Ja. Ferse. Tief. Guck mal. Die Arme ziehen dabei hinter Ohrläppchen. Vier. Drei. Zwei. Seite wechseln. Erstmal Fokus, nur Ferse. Tief. Hoch. Tief. Arme ziehen mit. Hinter Ohrläppchen. Zieh. Zieh. Gönn dir nochmal vier. Drei. Zwei. Und wieder ganz langsam zur Mitte. Schließe. Atme nochmal ein. Atme aus. Und der aller allerletzte. So. Jetzt gibt's noch ein dickes Lob von mir zu dir. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, deine Nadine. Ciao. Wow.